Braboja! Braboja! Außen! Immer außen! Immer außen! Immer mittel! Soll ich das Bein mit dir? Darf ich wollen? Darf ich wollen? Kannst du dich so gerne machen? Schau! Warte, was ich hier an Missklicks produziere ist unge- Ist das Callspeed oder was? Ist irgendwie bei dem Stream immer total komisch Ja, ist auch Soll ich mir dann die Boas racken, weil ich Mongole bin? Kannst du den Teich nehmen, die die Boas... Die extra oder meine? Deine auch! Was? Willst du docken in dem Teich? Ne, ne, mach! Nimm alles, was du kriegst! Was? Als Mongole? War boom Wollen hier fallen Muss ich auch irgendwo rein? Ja, wahrscheinlich war auch wenn wir wollen Wahrscheinlich schlecht Ich bin gegen die Kelten hier, Kelt war Ein Golden War Ja, Spain war Gibt sich gern das abnehmen wollen Nächstes hab ich in zwei Schiebs geklaut Ich fordere mich auch noch aus Brauchst du scouten in der Mitte gleich? Äh, ich lauf grad hin, ja, wenn du willst Ja, ich schick... ja, ich schick ihn von... also er kommt von hier Na ja, okay Na ja, okay Treffen wir uns in der Mitte Ja, ich schick ihn schon ein bisschen, oder? Nächstes Mal nehm ich wieder zwei Wilds Ich glaub, meiner hat gesneakt Irgendwo ist der Sneak von meinem Ja, wir schicken gleich Scouts Wollen wir mal zuracken, damit wir die Scouts abziehen können Jo Ich sammle noch meine Schiebs ein, dann komm ich Ah, hier kommen Scouts Ich komm Äh... Ah ne, hat... Ja, ist draußen, ist draußen Ja Ja, ist hier bei uns Da geht So ein Poser, diese Ando Wieso? Wird er zeigen, dass er den Sneak gesehen hat Na... er schickt ihm Wild vor Ich weiß nicht, wie obviers Ein Zusatzboss natürlich eingeklemmt Ja War es denn Scouts noch? Bei uns hier ist die Sneak-Lage Wollt erst mal Ja, sind wir schon Geht es darum, ob ich Dielur oder Ach, Dielur wird eh nix, ich schicke dem einen Scout Also ich habe auch noch einen, wenn du irgendwas brauchst Der Snake ist jetzt wieder draußen Ja Die Sau hier kannst du dir übrigens nehmen, Reng Ach du Scheiße Wieso? Ja, ich probiere es Wenn vielleicht irgendwo ein Scout rumliegt Ich dachte mit dem Bild Ist ja mega viel zum Wollen, hier auch irgendwie Alles Kacke Ja, schmeidig n kleinen Woll Ich habe hier super vor Ort gewollt Wo ist denn die Sau hin, Reng Du hast ja sogar geschafft Naja Ah, die sind Scout-Leichen Okay Kann ich irgendwo sinnvoll mit meinem Scout hin? Alter, was hast du denn da für ein Teich? Ey, ist ja der Burner Kann ich ihn am sinnvollsten hinstellen Hier ist ein toter Wolf irgendwie Ist wahrscheinlich ihr Gegner, oder? Wahrscheinlich noch ein Slick Double Slick GG Ja, wo ist der andere Sneak? Der ist wieder zurück, hast du gesagt, ne? Der ist wieder zurückgelaufen, aber hier ist wieder ein toter Wolf Ich verfolge mal den Mongol-Scout hier In zwei Scouts hier wird der Sneak irgendwo sein Stehle den Scout, ich bin voll da, geh du mal back Wo ist das Sneak irgendwo, hast du gesagt? Hier waren eben noch zwei Scouts Und die Scouts hier drauf bitte Ich werde schon einfach mal davor in die Richtung Ja Ich bitte vor, weil ich verdammt bin Hier eben gut, da sitzt ja den toten Wolf In die Richtung ist durchgelaufen Nicht am Wasser, oder so? Auf der Wolf-Mund-Scout Halbtoten-Scout Ja, einfach hier überall rum petfeln Bin ich ja schon da rausgelaufen, ups, da ist ja schon der Gegner Oh, ich bin da auch Ich hab das geboten Ich dachte, ja, wieso bohr den bei uns in der Basel müde Ja, das Jetzt Ja, ich bin da Ich bin der Mongole und mit... So strong! Was arberst du? Ich hätte mir die Boas hier ausgewollt und Jussi dann nicht. Dann ist der Sneak irgendwo hier raken, glaube ich. Wo, wo? Achso, ja. Irgendwo da? Guck mal... Der Wolf, der... der haut da hin? Der... Der haben sie wohl alle. Hört da nicht hin. Wenn noch jemand einen Scout hat, gerne hier hinschicken. Da wollte er gerade bleiben. Raken wollte jetzt eigentlich nach dem Sneak schauen, aber... Ja, ich meinte dann. Ja. So strong. Ah, f**k, hier ist es Hat er da schon was aufgebaut, oder? Moment, ein Stable baut er gerade Oh, dann mal Moncherie, oder? Ich baue Monks, wolle du dich von mir ab einfach Wolle du dich hier ab und ich mach das dann Hey, machst du das? Ja, ich sag ja, wolle du dich von mir ab, ich mach Monks Ah, der ist noch voll Machbar Baut noch ein Stable Also zwei Stable jetzt Ja, achtet mal, ob der andere abkommt, ob sie dann X-X-X mal bitte X-X mal bitte Okay 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 Ich hacke da sogar einen Baum an. Das hättest du locker einwollen können, theoretisch. Ja, ich wusste ja nicht wann er ab... dachte irgendwie mit Sling ab der von Minute 19. Anscheinend wird er gar nicht geslingt, oder? Ich wusste nicht, keine Ahnung. Ich weiß nicht, es sind noch zwei Leute vor heute von denen, ne? Ist er schlecht oder so? Ich schau mal den Score jetzt schon mal an, also sieht ja übel aus bei denen. Na gut, bei Petro auch, aber Petro... Wie viel Pop seid ihr denn hier? 55? Behauptet er ja vor, dass dein scheiß... dein scheiß See... Ne, 41 gleich. Ja, weiß nicht, Mann hat so'n Hill bei sich. Ich könnte auch einfach dick wallen und zu euch kommen. Petro GG? Kannst du helfen, soll ich Palas fixen? Ne, ich glaub nur grad, dass es relativ schwierig wird bei ihm zu pushen, obwohl ich so eine forward wall hab. Weil's da ziemlich eng ist mit dem See und dem Wald und dicken Hügel hat. Ja, die Gegner sind schon geil, ne? Er schickt einen Wildpott zum wallen und dann wallt er gar nicht. Das ist so obvious mit dem Sieg. Und dann killen sie zwei Wölfe und überdecken ihn nicht mal mit Palis. Ich überleg grad, ob ich ein bisschen Wasser machen soll. What? Oder Racken! Racken? Ach, das wär natürlich... Ich schick am besten mal ein Wild oder so zu mir rüber, um in den See vorne reinzudocken. Jetzt schon. Ne, nachher irgendwann. Ja, ja. Bei den Gegnern dockst du da an der Trade Route? Ja, also da, genau an der Teal Base. Da ist ein See. Da hat er nicht rein gedockt, da ist kaum Fisch drin. Ich hab halt so gewollt, dass wir da auf jeden Fall rein docken können. Nice. Der OP, dieser Petro? Ja. Was? Hey, die haben doch gepausiert, oder? Ja. Ja. Okay. Alter. Der macht echt spannend. Karma Queen. Fast schon süß. Ja. Ich hab jetzt die Stables gebaut und es linkt jetzt den anderen. Boah, ist das einig warm. Hätts eigentlich schon eine Monk-Army davor sammeln können. Ja, aber der Rot ist, das linkt sich da wahrscheinlich oder? Der ist ja noch nicht ab. Das andere wird mich jetzt schon sehr wundern GG, aufgehen Also links ist noch ein Scout Achtung Scout What? Nein Heißt over, oder? Komm heraufgehen Ja, VG Wie viel ihr hier gerade? Erste Game Lost, oder was habe ich jetzt zum Schluss noch gehört? Wir sind hier noch offen, weiß das jemand? Naja, das wussten wir schon. Ähm. Ist egal, weiß das. Ja, ist glaube ich wirklich egal. Normalerweise wäre es... Wolle ich nur Pause? Schon aufgegeben. Ja, soll ich dann einfach auf meinen Gehen mit Wood Raidern, oder? Ja. Wenn du killst, geht es auch. Ich kann natürlich auch rüberkommen und bei euch mit Wood Raidern zum Beispiel halt irgendwo killen. Das Mikro von der Klopapierrolle gefallen. Ja. 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 Geht das mal das Kling aus, oder nicht? Ja. Wie gesagt, er ruft mich mal anzureden. Er hat schon plus 2 Nights, ja. Ach so. Nein, ich kann das. Zack, Blunder-Action. Zack, Blunder-Action. Zack, Blunder-Action. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Wo kann ich mich aufbauen? Bei dir irgendwie Kein Platz mehr Also ich pushe jetzt doch meinen da gegen den Hügel Ja, aber mach ich erstmal nur oben aufbauen, oder? Ich hab das Länge abgebrochen, oder? Das ist so geil! Braum Wurzeln! Magst du sterben hier? Naja... 95% Ne, es geht Ich bin ein bisschen dumm angestellt Ich hätte ihn einfach ein Wort können und stelle mich irgendwie so dumm an Ich glaube, die sind echt nicht die strongsten Bei einem Boom war 1k hinten Ando hat ja hart gedoppelt Ja, aber sowas von gegen 5 Ganzes Scam über Und mit Sling Sling und Doppel Ich hab ihm gedacht, der Rote ist im Imp gekommen Hab's doch gesagt Der Rote ist im Imp gesling Ich hab bescheid, wenn's weitergeht Muss ja meinen Viewern was bieten, ne? Ich hab einfach irgendwie 10 Wildschen schicken, müssen die Stelle einwollen Aber ich hab irgendwie nicht erwartet, dass er Minute 20 Kasse kommt Ja Ich hab gedacht, ich lauf dahin und dann kommen da die Lights Ja Er hat auf fast noch seinen Wild killen können, aber Er hat dann doch nach der Ecke gekriegt Oh War dann doch zu strong Ja Ein seins steht's, falls's euch interessiert Bei DM Oh? Ach das ist dieses DM-Turnier Und deswegen spielen die alle DM Ja Ja Jetzt Ich dachte, der Warwick ist ja auch Aber wo DM lasse ich heute Jetzt ist Frank War Gerade Ich hätte immer fast gucken können Ja Das ist schon ganz sehenswert teilweise Gut, machen die auf 2 Und finde ich's geil, dass es wieder Predict Contest gibt Irgendwie macht das Finde ich nochmal Ganz irgendwie nochmal ein extra zusätzlicher Spannungsfaktor Macht die auf Neely und Shine somit? Ja, sie haben schon in der ersten Runde rausgeflogen Das war ein 1-for-1-Turnier Shine hat gegen Bender gespielt 1-2 verloren Bender noch drin? Nee, der hat gegen Coloss verloren 2-1 Nee, Bender ist auch rausgeflogen Gegen Interdimensions Ah Keine Deutschen mehr dabei Jetzt leider auch keiner Bis in die Double Elimination geschafft Von den Deutschen Wollen wir eine halbe Stunde pausieren? Bennysmurf oder was? Ja, ohne Scheiß Geht's nebenbei das Stream gucken Sonst wäre ich... Sonst wäre ich richtig pissed Der Triple Elimination Hatten wir jetzt schon fertig? Ja, es geht weiter, geht weiter, geht weiter Ja Moment Ah, es läuft schon, okay Ich bin gerade voll am Puschen Ich bin gerade voll am Puschen Machen einfach weiter Warte ich irgendwo ein Ding gebaut Ja komm, 8 Food Ja komm, 8 Food Ja... Wäre ja nice, wenn der noch offen ist Ja, er ist offen Du meinst dem Gegner hin, ja? Ja Ja Ja, du bist immer offen Ja, du bist immer offen Ja, es ist echt irgendwie alles immer slower wenn du streamst Ja, es ist echt irgendwie alles immer slower wenn du streamst Dagegen merkte irgendwo schon? Merkte? Ja, ich kann nichts machen Ja, das macht keinen Fall Ja, in Ordnung Ja, ich hab's in Ordnung Ich weiß nicht, was ich in Ordnung Ich hab's in Ordnung Ja, ich hab's in Ordnung Ich hab's in Ordnung Ja, ich hab's in Ordnung Ando, weil die Gegner so schlecht sind, machst du irgendwie ein bisschen was so durcheinander, oder? Spannend bleibt, dass die Leute sagen, RTS League ist... Randa gegen Ritter bauen, Telefonneter sehen, aber nicht ein Woll. Ach ja, da sind die Ställe, die wir spielen können. Lass' ich mal Ritter rauskommen. War doch spannend. Da ist gar nichts spannend. Spannung! Oh, Peer, spiel von mir. Pedro hat so viel Pop wie die beiden besten von denen zusammen. Hätten sie mal den BF Asterix verschwinden lassen. Ganz ehrlich, ich hätte das besser gekriegt. Der Gegner hat 75 Pop. Jetzt geht's aber los. Jetzt geht's aber los. Ja, spielt der BF-Klan nicht in der RTS League mit. Ne, wir sind nur eine Spielgemeinschaft.